Herzlich Willkommen zu Pokémon Blatt Grün! Ah ja, vergessen! Hellknöschte! Ich habe jetzt ein neues Mikrofon, also einfach nur Kopfhörer. Ja, Kopfhörer, nicht Ohrhörer. Und jetzt sollte man mich besser verstehen, aber dafür muss ich jetzt meine Spiellauter machen, dass sie auch das Spiel hört. Und ich habe, ich glaube, mich nicht setzt. Ja. Wir gehen einfach mal weiter. Ah! Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen! Nee! Einer raus, war noch vorn, Käfersammler, dein Name vergessen, Ganggolf, ne? Kampfgeschickt! Ach so. Lass, Besasser! Äh, der ist immer noch ein Weibchen. Äh, mach Schlaf, Bruder! Das habe ich nicht vergiften können. Und dann, und dann, ja. Hallo, ist eingeschlafen. Ja, ist eingeschlafen. Jetzt darf ich dich mal tacklen oder so. Äh, wir machen mal Rankenhieb. Ah ja, und ich rasierblatt, so eine Rankenhieb. Wie könnte ich, oh Gott, wieso habe ich eigentlich Rankenhieb gesagt? War ein kleines bisschen einmal leiser. Na, ist eigentlich schon besser. Und jetzt wieder aufgewacht. Okay, ich sollte lieber Tackle benutzen, weil... Äh, es nicht gut läuft. Los, Tackle ihn! Ja, das war schon viel besser. Wurde besiegt. Ah ja, noch ein Leveler, er wickelt sich, der zu dieser Knospen. Hör, Halle, Geschäfte. Wieser hab ich Raupi. Wieser, Käfer, sag mal Gongolf. Äh, Gongolf. Weltstoß. Da guck, jetzt... Wie bitte, okay, oder zwei Erfahrungenpunkte? Lithium? Ja. eted? Ah, gut? Ah ja, gutfühlsch atteint er Hilfe! Ja, genau. ja ja wenn das hat man aber dafür tippe ich nicht weg bis jetzt da junge down ich kann auch liter von down down da fast 14 bist du sagt ja passt doch genau nein er soll auch schnell viel zu werden dass der auch zu taub sie zu topografiert war den stoß okay das ist sehr effektiv die setzte ein leute der zärtner ein leute das ist schon mal nice so jetzt macht mal wieder teckel weil alle deiner menschlos überleben was geht daneben ja da ist das ist noch mal teckel ja wurde besucht und er hat bereit oder damit wird der level 14 er kriegt er jetzt eine fähigkeit oder oder nicht das war jetzt nicht er kriegt keine fähigkeit leute ich bewege mich falls ich muss mal kurz das tür abschließend bevor noch einer reinkommt ich habe geschlossen ich lege mich jetzt auch wieder auf mein bett die knechte weil ich es kann und dann ja ich habe so viel angenehmer sich zuletzt plänen ja so ich weiß nicht was hast du denn ich glaube ich noch mal wenn wir waren schon so kommt ihr alte ich glaube sie war da ein bisschen doof hast du keine augen die ein kopf oder was und schaust du mir so fasziniert an keine ahnung ich gucke in der wand ich weiß nicht wo dein gesicht ist ist es überall alle hauswarte von gott der man dann habe ich gerade erschrocken ein kopf geschickt und ich muss ließen nein Nein! Ich glaube, ich wollte das Display! Scheiße! Alter! Es kann gut möglich sein, dass die Musik zu laut ist! Oder auch nicht! Ey, kann nicht sein! Ich muss wieder niesen! Ah, scheint doch nicht, oder? Aber es... Aber es will ko... Oh! Oh! Ey, dreimal! Geht doch gar nicht! Äh! Okay, geht doch, aber... Ohne mal! Jetzt läuft mir die Nase! Ich hab was vor, ich bin gleich wieder da! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Wie ist der runter? Ah, der ist fast so! Ich hab mich an der Idee... Aber... Oh Gott! Oh Gott! Oh, der Lotte Bosse! Oh! Ey, das ist doch kacke! Mann, ey! Genau bei Aufhängen! Oh! 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 Oh Gott! Das war ein Fehler! Puh! Die Zeit verschwendet, ey! Boah! 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 Aber... Das coole ist, Leute... Wo ich privat gespielt hab... war ich schon in der Höhle mit Level 15... in Bieser Samen... Ja... Da kann ich ruhig stolz auf mich sein, dass ich schon früher Level 16 werde, anstatt in der Höhle! Weil da gibt's jetzt ein Sonderbom-Bom! Boah! Bleib einmal nett! Ich wollte dich grad beleidigen, aber... Hab's auch nicht getan! Hä? Ich hab' einem Bruder gesagt, er soll ein Shorts anziehen! Hahahaha! Ach, das war er! Hahahaha! Äh, du kleiner Frä... Du hast aber selber Shorts! Junge, wen willst du hier verarschen? Damit dreck ich dich weg, Junge! Oh oh! Hab ich ja, ist er effektiv gegen Bläser Samen! Aber Level 14! Äh, das lässt ich mir nicht hingehen! Schlaf, Bruder! Die schlafe ich ein, Junge! Darauf kannst du dich verlassen, ey! Ja, 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 da ist toll! Penn erstmal schön! Ich rammel dich weg! Beim Schlafen, das ist eher gesagt, wie viel Gewaltigung, aber... Juck dich doch, glaub ich nicht, ja, oder? Ne, es juckt dich nicht! Jetzt vergewaltig dich, yay! Ja... Ja, du schläfst schön, Walter! Anscheinend gefällst du dir, oder? Oh, da war es unangenehm, ne? Da war es unangenehm! Aber ich schlafe dich gleich wieder ein mit meiner... Schlaf, Bruder! Und dann, und dann... Katze wieder wieder, weil ich werde schlafen! Oder ich mag Gift, Bruder! Ja, du bist ja noch richtig amphibisch! Oh, oh! Okay, ich vergifte ihn mal lieber schnell! Ich sagte schnell, oh! Junge, wie kann man sowas benehmen, ey! Habitakt bewirbt sich nicht mehr als 1 mm! Und dann... Du gehst doch nö, Alter, wohin zählst du eigentlich? Ja, kommt zurück, bevor er wieder schnaufe macht, ey! So, taubst du die Bestärkheitshabitakt! Malerweise eigentlich, aber vor den Schlag, ey! Geil! Ja, ja! Geil! Ich weiß, drei Mal getroffen, ich kann zählen! Oder ist es nur für Kinderalter, wo nicht zählen können, oder was? Oh, Mensch, das war glaube ich nicht so gut, ja? Ich hätte Ruzipi einsetzen sollen! Lass, mach jetzt! Oh, du... Was war das denn? Es war schon eigentlich gut! What? Äh... Jo, was soll das? Vergewaltete, da hab ich weg, ey! Hab grad Pipi in die Augen gekriegt, jo! Voll wenig, Alter! Das war ja voll, Felix Peer, aber ich geh jetzt erstmal... Oh, ich kann rennen! Oh ja, voll vergessen! Hey! Doch, keine halbe Stunde rennen, äh, laufen! Ui, ui, hui, ui... Was hab ich nochmal Raubi mitgenommen? Oh... Warte, er kann ja später Konfession! Und das ist effektiv gegen Gift und Geist! Der kann mir eigentlich sehr nützlich sein! okay wir nehmen jetzt mal raub ja erste stelle nein 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 bitte 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 nein nein deine pokémon nicht und gehe einfach schlafen bitte so wenn er jetzt unser brauche nach vorne ja er wickelt sich auch gleich nach dem saft kommen das auch schon mal da ist aber zu verwickelt er sich zu zweit wo ja man eigentlich ist auch wieder schnellste wo sich entwickelt oder oder ist auch holio dabei der schnellste keine ahnung ich hatte noch die hauli ja da ist hilft da noch mal rüber erscheint hast du spaß zu rennen weiter was wieder runter gesprungen ich krieg sich aus oder auch nicht mein neues pokémon wollte meine aber nicht die liebe die lieben lieber toter stadt kämpfen ja auch hier wird von käfer sammeln hat er dort wer bist du leute also sie hat echt die mittelalter namen wurde ist frankenstein von eiffelturm so wir wechseln aus taubsee aus und dann ist gesetzt wird junge und so entwickelt sich europi zu saft kommen gleich dann kann ich auch als tippe schreiben davon was glaube ich da ja auch entwickelt sich das schreibt jetzt hätte ich mit stoßen knecht ich wollte gerade lächeln ich habe heute wieder kurz ich habe mich nicht ja dann wird er sofort aggressiv wenn er ganz klar ja ja ich werde auch wir wechseln lassioda Christ holen das werfte ich alleine schaffen weil der tecke macht so wie ich schade das tag seht ihr wisst wieder dran los ist noch so weit entwickelt dann können die auffolge aufwenden verteidiger von safton geht das steigt mit stoß du klechst und das geht diesmal weiter ich bin stolz auf dich top 10 doch bei der gerade ausgeworfen erstellt nach links oder rechts ja erreicht werden sie und so entwickelt sich jetzt auch spieler die kaffee sei mal der hatte Prozent wurde bewegt das war die Molle besiegt gab er gewinnt und 132 Pongodollar und besiegt und jetzt Roppel wickelt sich Prozent 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 HAAH 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 Aaaaaah trefft war ein Star-Pay-Verteil war das Zufall Was war ich glaube um Prozent die Geräte Schäber 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 bonuses oder doch zu erlager- apic們 Kruppdruck- luk-luk-luk-gurt Kobbuatung-Schupe-Fürfnis Hörberg Sprecher war L die Musiker als Pokenbart das werden jetzt ja auch XY nach dem fall ja mal scherz los wie soll es legt er aber doch nein hab ich zack aber fange ich jetzt auch doch gott du bist du oh gott vogelfutter bis sollte wie dumm bin ich ich habe ziemlich dumm leute ja bis zum vor wie sie sagen okay da schreibe ich wo er wird es in einer folge zwei wettel gehen hier und jetzt er findet er voraussetzten da ist der wickel weiter der sexismus reichen ich habe das etwa einer der uns versuche seit anscheinend dort zwar recht aber nicht mit letztendlich so leute und wortel aller pummelluft wir müssen sie erst ein schläfer weil dann sind wir richtig schnell weg am fenster er schaut so gut der schlechteste war scheiße ich dachte sie macht gesang und dann wären wir schon alle weg okay mach schlafen und wer daneben dann hau ich dich ja guter junge äh guter mädchen fein mädchen ja er sei geschlafen wer auch geil werden populischen schlafen könnte dann wäre es richtig krank nein nein ja ich lebe lieber nur teckel mal gucken wie viel schaden das macht weniger ein auf jeden Fall weniger scheiße ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt auch gott habe schon gedacht die macht gesang und ich werde weg am fenster aber dafür ist sie jetzt weg am fenster doch erreicht level 8 Prozent dieser war reichst der will dass die Auerung ich halte ab oder 14 dieser reichst der 60 Euro erlernt jetzt damit auch rasierblatt hoffentlich Wie soll ich die Färbleiben, hä? Sieht nice aus. Okay. Ah, hey, das ist dann, er wickelt sich. Los, rippe dich rum, mach Kniffskopf. Also, Glisskopf, äh, neues Pokémon-Name, Glisskopf, 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 Glisskopf. Jetzt zeichne ich wie ein neuer Pokémon-Ade und sein Name wird Glisskopf. Das mache ich total. Glückwunsch, dein Besser Sam oder zu Besser Klaus. Dankeschön. Und Besser Klaus mit so Besserflorgen. Okay, Leute, okay, Leute, das war's hier mit den Drecksfolge. Ihr seht uns in der nächsten Folge zu Pokémon Blatt Grün. Es war eine geile Folge, zwei Entwicklungen gleichzeitig, äh, in einer Folge. Das war das Legendäreste, was wir gesehen haben. Ich lasse gerne Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Pokémon Blatt Grün. Nein! Nein!